Der Riese, das ist Maxim Rossi, Rossi der Libero, auf jeder Seite sind noch Top-Spieler dabei, wie auch in Sevilla, beim letzten großen Spiel, bei diesem dramatischen Halskinder, der mitgewirkt hat, wir kennen es hier, Ruben, hinter der Früchte, der Früchte, er ist auch im Film. Das ist das Tor, in dem er sich warm machte, 40 Minuten vor dem Stiel, es flogen Bierbecher, Knollkörper. Es sind noch viele deutsche Zuschauer im Stadion, auch hinter dem Tor von Schumacher, der jetzt, nein, er muss nicht wechseln, da läuft er rüber, noch einmal zu einem Mannschaftsfoto, während wir hier die Deutsche Bank sehen, mit Berlisanski, dem Kölner, der wieder zum Kreis zählt. Hier, die Deutsche Formation. 50, 60 Fotografen haben vorhin diese Szenen aufgenommen, als Schumacher hier von einem riesigen Fall von der Empfang des Stadions gab. Frau Köppel, der Co-Trainer von Juiz-Jahr, man hat dann später gebeten, dass die Fotografen das Tor ein bisschen frei machen. Sie werden sicher morgen und in den nächsten Tagen Bilder davon in den Zeitungen sehen. Es war nicht möglich hier, das ist Michel Hidalgo, Bilder zu machen. Die Phantosen hatten andere Verpflichtungen, machten ein Interview, wir haben das bedauert, aber in der Eile der Zeit war das halt nicht möglich. Und jetzt wieder ein Lichtgebild, ein Saalkörper, der jetzt hochgeht, das sind unschöne Bilder, die Schichtlichter kommen aus Italien und vielleicht die erste Möglichkeit für die Deutsche Bank. Ein hektischer Beginn. Das ist, das ist doch, ich bin Lieberhofer unter dem Flug, ich war so heute, der rechte Verteidiger, er trägt sich zwei. Matthäus, der Mönchengladbacher, folgt der französischen Nummer 10, Sie werden sich später sehen. Jean-Julie, dem Stilmacher. Spiel ist unterbrochen. Spiel ist unterbrochen. Spiel ist unterbrochen. Spiel ist unterbrochen. Auf der Höhe ist jeweils eine postiert. Rostow ist der Schritt erneut. Spiel ist unterbrochen. Gibt es nur einen Kumpel. Hier ist der Schritt jetzt öffnen, versuchen das, die Wichtung. Tief ist nie so, er ist für eine ehemalige Flugkameraden gegen Berndsanter. unter boden zu machen ein deutscher spieler Jukjabal steht unten an der Seitenlinie. Andreas Brehme, der Läuterein seit dem vierten Länderspiel. Der Schumacher unterhält sich, geht zu Hansgitter Bruhn, Tim Libero. Beide spielen sich jetzt den Ball zu. Liefer auf die Zeitlupe. Beide gehen in den Ball ein unglücklicher Zweikampf. Und Brehme ist wieder... ...gebeide. Brehme, Briegel, sein Vereinskammerat. Gut gespielt, eine gute Flanke voller! Das ist eine gute Flanke von Bernd Förster. Das ist ein temperament vor dem Publikum und dieser war den Zubank. Eine kleine Erwartung an Bremen nach diesem schweren roten Ball. Der Hamburger rollt im Vordergrund. Schiedsrichter, immer auf Bahnhöhe, hat auch das Richtige erkannt, dieser Hakeleichen. Freisturz für Deutschland. Die Vordergrund. Die Vordergrund. Die Vordergrund. Das geht mir aber selbstsicher ist der Todischubacher aus Köln ja sowieso. Steht jetzt weiß vor seinem Tor, fast an der 16 Meter Linie. Brehme. abschulden sehr offensiv orientiert der spitze auf bravo der acht stürmer aber man erwartet er kann man dem mittelfeld auch er ist vorne zusammen mit berlin links außen mit rostow und die dsx portals über kopf heraus und jetzt sie sich doch schon etwa und weiter Sie sehen in dieser Einstellung, wie mitgenommen der Rad ist. Meier. Es ist etwas unglücklich in dieser Eröffnungsphase, da vielleicht acht Minuten gespielt sind. Einige ungenaue vor unglückte Fette, auch dieses Dribbling, als er das Spiel zu eng machte. Der Genie, der bei der das Spiel machen soll, mit diesem öffnenden Querpass. Wieder Meier. Unsicherheiten auf beiden Seiten. Sehr sicher bisher, der Schiedsrichter, der das Spiel, und das ist richtig, am kurzen Zügel führt. Rudi Völler gegen Amoros. 2. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 8. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 9. 10. 10. 11. 12. 13. 12. wo er sucht wir haben noch einmal der dickhause unbedingt und auch hier und auch das war richtig freistoß für den europameister Ein Wort, das einem eigentlich schwer über die Zunge geht. Man hat es fast vergessen, dass Deutschland die Verteidiger ist. In einigen Wochen beginnt hier in diesem Stadion für die Mannschaft von Yves Derba, den wir hier sehen. Die Serie der Europameisterschaftsspiele gegen die Portugies. Viele, viele Mitverständnisse, die fallen vor allem auf bei dem kleinen Meier, der viel riskiert, der versucht zu dribbeln, aber es zeigt auch, wenn diese Bälle ins Leere gehen, von Harmonika eine Spur in der Mannschaft, die ist nicht eingespielt. Das soll heute hier in diesen 90 Minuten in Ansätzen vielleicht hier und da sogar etwas ausgeprägter erreicht werden. Eine sehr, sehr hektische, von beiden Seiten hart und gänzende Eröffnungsphase. Rollen. Schiedsrichter spielt damit. Möglichkeit zu kurzer Völler ist völlig frei an der rechten Seite. Der Romedicke geht links mit, wenn es der Dreber sieht. Er versucht es allein. Fallrückzieher Mann. Das war die erste gute, dicke Möglichkeit für die Spieler in Schwarzmann. 2 Stunden Bremen. Vorne ist Windstraße, jetzt noch Riegel, Romedicke unverdacht. Sauber geklärt in diesem Spritduell gegen Vellon von Matthäus, der Ball. Riegel, Romedicke unverdacht in diesem Spritduell gegen Vellon von Matthäus, der Riegel, 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 Riegel. Sehr souverän aus. Wir sehen es noch einmal. Er versucht sich den Ball jetzt herumzulegen auf seinem stärkeren Rechtsfuß. Drift nicht voll, der Pazote nicht gut portiert. 30 Zentimeter vorbei. Das ist der lange Boti, den Libero, der Kapitän mit der Thiel Leroux, der Vortstopper, der gegen Vellon spielt, aber die Franzosen spielen auch in der Abwehr in Zonen nicht auf den Mann, wie das die Deutschen versuchen. Das ist der lange Boti. Wir brauchen viele Stationen, wenn sie versuchen aus der Abwehr herauszukommen. Der Mann mit dem starken linken Fuß zum ersten Mal über die Mittellinie ist noch vorne, aber der andere ist in den Stocken geraten. Er dringt nicht durch, aber das ist das Freilichwort. Ein Faulspiel von Leroux an Verlacht. Wieder die beiden deutschen Sturmspitzen, dazu Karl-Heinz Körster und Beriegel. Die beiden Kopfballstarken, Abwehrspieler und Werbstörter kommt. Karl-Heinz Körster und Rumpedigge. Er trifft auf diesem Ball nicht voll. Der Rutsch steht über den rechten Spann. Der erste Eckstuhl. Bad Lüte schafft nicht zu kommen. Der erste Eckstuhl. Unsicherheit bei Gatz dem Torhüter. Immer nachfragt, er sei auf der Linie ein Plattemann. bravo mit der ab wir laufen mit der elf die neue leute die gab es so betrifft auf das zeichen dieser ersten minuten wir haben jetzt vielleicht etwas über die verpflichtet aber die verzogen wirken mit der alten aufnahme war gegen belot im sprintuell schneller leichtfüßiger aber die spiel noch sehr sehr aufwendig das ist doch das stellt man über die gekocht hat geschaut der bütze zurück das ist auch diesmal die übersicht ich würde es nicht sehen europa die gewaltiger position zwei gewinnen und geschickt auf der kuppe holz dieses paul von holz was das bilder aber gut Die Kostabrüder im Zusammenspiel. Flügel-Spiel bei der deutschen Mannschaft. Flügel-Guyl-Spiel. Flügel-Spiel 716. Flügel-Spiel. Die Jungen waren sehr viel am Ball. Wieder eine Kontermöglichkeit. Vier gegen fünf mittlerweile. Voller! Musik hinter diesem Schutz, das haben sie gehört aus der Abprallte hinten von der Holzband. Hier kommt die Wiederholung. Ein bisschen mit Effee, auch dieser Ball ein bisschen über den Spann gerutscht. Der ehemalige Stuttgarter hat noch einmal platziert. Wir kennen hier den Spielstand. Musik Gut abschtheit. Ich kann Dekken. auch die abstoßen versuchten sich die beiden lauterer aber dieser fach den konnte man erahnen das haben die franzosen natürlich schnell durchschaut drei gut angesetzte konter im zusammenspiel deutliche mängel ganz beschweigend von die provisierten stelle überraschende aber sich auch dabei an bravo da falle freistoß mit grünen bedocken schlag wieder von garland der schaffte geht wieder an der rechten seite keine kräfte das spiel vor die tiefe verlagert werden das ist hier direkt spiel verlaut wer bietet sich an auch hier abstoß auf dort Sie sehen ihn hier vor Briegel, den kleinen Ball auf der ungewohnten rechten Seite der Linkstüter. Jetzt wird ein gespielt. Keiner geht zum Ball. Da schauen Sie sich hinten in der Abwehr an, gestikulieren. Die Franzosen kommen, Fernandes, Sieg. Der einzige Spieler aus einem zweiten Liga-Klub, aber er hat den Pokal in den letzten Wochen gegen die großen gegen St. Germain-Paris viele Tore geschossen und deshalb ist er noch einmal berufen worden. Das war die Dalgo. Das war die Dalgo. Abwehr steht gut mit ganz kleinen Absprichen in dieser Anfangsphase. Die Probleme beginnen im Mittelfeld. Vielleicht jetzt Briegel. Kann er allein geben. Gut abgespielt, Meier. Er war am Abfall. Ab Spielkasten steht. Da liegt eine Schwäche im deutschen Spiel. Im Mittelfeld wird der Ball zu lang gehalten. Da schiebt der eine dem anderen die Verantwortung zu, den Ball zu. Dann haben die durchweg erfahrenen Franzosen natürlich hinten sämtliche Räume verstellt. Der lange Pass. Er könnte kommen. Wieder geht rechts. Er bietet sich oft an. Bernd Schotter. Rubenigel. Noch ein Versuch. Rolf. Er war sehr gut. Aber doch und ich war noch. Mit der Fußspieler, der zwischen und wollte abfällt. Ein Kott Lorbon vorbei an Karlhein-Konstad. Der alte Fußspieler mit dem Ball. sehen so mit dem rostow gut gespielt bravo bravo ein ruppiges spiel die möglichkeit für die personen ich weiß nicht ob wir die stäne noch einmal sehen da war dieser pack in den rücken der abweg die diebe das lanciere bestürbar bravo ist das der abschließende reaktion von schubacher treme wird verhandelt an der zweiten linie das konnte die ganz kurz sehen schweifeldeutel hier im spielfeld alles ok er kommt wieder und er kommt auch wieder wir sind mal direkt neben das passiert immer wieder feier joel dach doch für der europameisterschaft die jeweils der faktoren sie haben lange genug jetzt dass die törhüter sind rar jetzt das veranstaltet aber im mittelfeld da haben sie schon einiges zu bieten noch einmal dass sie dort die sich doch er geht es hart zu hart zuerst an den mann die schenken sich beide nicht man kann ich sagen es sei uns wäre spiel aber beide mannschaften gehen hier voll zur sache und wenn wir vorhin gesagt haben verdeckte karten dann gilt das für die rest der vielleicht nicht so schwer verletzt ist vielleicht gar nicht dann gilt das für das fernbleiben von platini der vielleicht hätte kommen können aber das was die franzosen hier aufbieten es reicht um die deutsche mannschaft unter druck zu halten aber ort rutscht mit auf roberding sofort bei wie das attackiert sein hart ist das jetzt jeder war die bekämpft jeder hat sich sehr früh natürlich die technischen bängel besonders krass zu tagen die getrickt ist gestartet die betriegelt es geht wieder der ältere doch der bruder das gute spiel war ist auch für matthew ein paar stoffen heraus das ist ja weiter das ist ja das ist sportlich Die Mannschaften erkennen diese Leidung an. Vorteil. Leroux ist mit vorne mit der Nummer 4, der Vortstopper, der 1,09 Meter ist man. Leroux ist mit der Nummer 4,09 Meter. 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 hier kommt der schuss noch einmal in der festhält und so waren da bereits zum abstauben ja abgebild bei dieser frau sie sind noch nicht auternacht riegel und platz ist doch hat sich gegenseitig geholfen der ist der franzose wieder bald Die rechte Seite, frei. da steht der ganze leitung wo geht der barriere doch kann das doch doch wenn er am Boden bleibt, dann ist es mit Sicherheit keine leichte Sache. Wir haben hier die Wiederholung. Wieder auf den beiden der Stuttgarter. Ja. Der Super genommen. Spiel läuft bereits wieder. Die letzten 7-8 Minuten der ersten Hälfte laufen. Liebe Zuschauer, 0 zu 0. Zum ersten Mal in diesem Spiel 20 Akteure in der französischen Hälfte. Nur Bruns und Schumacher auf der rechten Seite. Alles andere jetzt vor dem Tor von Schumacher. Le Roux, der Riese, sehr kombinationssicher, obwohl das ganz große Tempo, das sie vor 5-6 Minuten vorlegt, im Augenblick zum Glück für die deutsche Mannschaft etwas raus ist. Spiel häufiger quer und zurück. Was ist doch, geht recht. Spieleft Nacht. Der Tag liegt nur in dieser Szene der dortige Vollstopper Karl-Heinz Kostler. Spielzeit. Spielzeit. es ist die ausgangsposition das war ein stoppstoss dafür dass er gut auflegen kann kann auch tore machen geht häufig bei freistößen mit nach vorn auch für diese letzten minuten der als zeit gilt im deutschen mittelfeld wird gesucht getastet dann ich hoffe natürlich richtig im spiel erstaunlich wie oft der junge lauterer schon zwei stöße schlagt drehen regeln das ist die dritte dritte dreidig war ja gut gesehen wird das hätte doch böse ausgehen können als der franzose das ist ja den weg versperrt sechs deutsche spieler im strafraum regelbatter und wo die förderbote weg gedrückt werden wir die wiederholung das kann man das vielleicht beobachten da ist der lauter ist dann ein gegen spieler die dinge die pärchenbildung jeder spielt da in abwehr auf seinem feld auf seite aber der ehemalige stückgarten völlig identifiziert eine längere pause hinter sich stellen sie aber die stationen jetzt geht es vielleicht etwas zügiger bis zur mittellinie regeln hat den ball gut mitgenommen mit verständnis bei der französischen förder und dies ist das man nennt ihn den komplettesten französischen abwehrspieler er hat 54 länderspiele der kapitän war in civil ja dabei vielleicht beim letzten großen spiel das eine deutsche nationalmannschaft gemacht hat juli 80 hier ist die wiederholung auf das ein charakteristikum in der zeitlupe einer gegen vier in diesem fall förder und daneben stehen zwei deutsche spieler die den ball nicht erhalten die franzosen haben es da leicht zu isolieren die spitzen die es oft auf eigene faust versuchen es waren drei vier konter im ansatz gut zwei chancen zwei bälle die knapp vorbeigingen die voll getroffen wurden auf der gegenseite drei die letzten separaten von toni schumacher die kipp tricot noch spielerisch sicherlich überlegen öfter abband im mittelfeld ideenreicher beweglicher da kommen mehr impulse aber die deutsche abwehr und dafür stelle ich auch die mittelfeldspieler die weit weit zurückgehen defensive aufgaben übernehmen hat sicher gestanden von einigen fahrten abgesehen als die doch etwas wackelte zwei dreimal aber das kann natürlich passieren bei diesem französischen druck die letzten sekunden der ersten hälfte laufen in die ganz ausverkauf neugend beinaustadion neugend beinaustadion neugend beinaustadion 40.000 müssen es sein neugend beinaustadion die neugend beinaustadion die 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 immer noch werden hier feuerwerkskörper geworfen grüben auf der gegenseite rauchschwart ziehen hier durch stadion kurz vor der halbzeit sind hier hinter dem tor von von die schuhmacher von der polizei etwa 20 30 deutsche fans kann man eigentlich gar nicht sagen abgeführt worden ich weiß nicht genau was passiert ist war nicht die bild gesprächstoff hier auf der fressetribüne in der halbzeit und das allgemeine fazit was bei uns schon anklang das deutsche mittelfeld hier liegen die schwächen ich bin gespannt ob und wie die pfanzosen das nutzen können wie geht die 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 jetzt der spieler mit der nummer 12 ich bitte um entschuldigung ihr kenne es jetzt wird der neu in der mannschaft ist der märk steht auf unserer information die wir vor dem spiel bekommen haben mit der 12 wenn die nummer stimmt ist ein abwehrmann spielt in der linke verteidigung müsste also spielen für ja vielleicht für wo sie sehr leicht angeschlagen war breme wer bietet sich an mit der brun briegel deutscher spieler werden gestört die die der links aus gegen gefährlicher man ja sicherlich ein gewinn der französischen mannschaft was so den wir hier sehen mit der neuen vielleicht doch schon über den höhepunkt seiner laufbahn hinaus der mitte der siebziger jahre ist eine ganz große zeit bei saint etienne als beckenbauer zum beispiel wird sich an ihn erinnern wo man die gute planke meyer deutscher spieler mit einer seitenlinie behandelt zu verbrochen die 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 der ball ist noch nicht freigegeben deutsche mannschaft jetzt wieder komplett wieder dabei steht in der bau hat er geklärt der ruhig fort genau ist einer von spielern die aus monaco kommt vom derzeitige tabellenführer ja 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 der schuss ist der karl-heins rum in den kopf auf ihm gelingt nicht viel und ich sage auch dabei nicht alle spieler die im offensiven bereich gewähren sich mit erfolg aber frage ist ob das reicht gegen diese franzosen die offensichtlich noch einmal aufdrehen noch einmal zulegen können geni jetzt müsste da einmal ein konterlauf vier mann gehen mit uns ganz weit im abfall da brauchen sie zu lange der karl-heins rummenig der ja das muss man nicht sagen ein weltklassemann ist aber wie er dann sieht wo der ball hin muss das dauert zu lange dass die absatzfalle da das der rudy voller 56 meter im abfall riegel er hätte platz von der linken seite gehabt die jetzt schlafen nicht gemacht war ja was er kann doch schief als sollte sich ein herz nehmen aber gehen rummenig gefall reine hake zu viel einmal zu viel gedreht der bremer bravo aber le roh aufgelegt und noch einmal der kleine mann aus monaco wieder abspielmöglichkeiten solche abwehr hat den fall da brennt jetzt nichts an während die zeitlupe läuft das freistoß für die franzosen jetzt kommt der lange der ruft völlig frei der vorstopper und zweimal bravo noch einmal ruf ich habe wir kennen drüben die jetzt direkt jetzt die kapitän bindet der mann mit der nummer sieben nach dem ausscheiden von kursi dauert das lange dieses fall geschiebe selber nimmt keiner verantwortung der hat keiner in herz im mittelfeld dann nicht ganz acht rein aus bländerspiel des münchners man hat es das gegeben nach spanien glaube ich das 15 dass die deutsche mannschaft absolviert man kann sie die mutig die deutschen kapitel sich an einer hand abstellen vorbei einer ist bei ihm, einer schirmt den Raum ab und der Ball ist mit auf. Ohne Fortun oder vielleicht treffender gesagt, obwohl es ein hartes Urteil ist, ohne Form in diesem Spiel. Aber es ist ein Mann, der ein Spiel entscheiden kann in einer Szene. Und da gehen sie rechts und links mit vier, fünf Mann. Wer geht mit nach vorn? Wenn man mit nur zwei Spitzen spielt in die deutsche Mannschaft, dann muss aus dem Mittelfeld mit aufgerückt werden. Bremen tut das jetzt. Gengini Rostow Jetzt sind alle Feldspieler zusammengeballt auf ganz, ganz engem Raum vor und im deutschen Strafraum. Die Spiele nicht auf Abseitsfalle. Was ich doch. Fehler von Matthäus. Ist das ein gewühliger Würge, man müsste das Spiel jetzt öffnen. Bremen. Aber es bietet sich keiner an. Er will die Schwierigkeiten kommen. Es ist zwei Franzosen bei ihm. Und sie bekommen den Ball. Nein. Die Schießrichter hat abgefifft. Die Schießrichter hat abgeführt. Die Schiffen, die dem deutschen Stil gelten. Das wird fast tief. Wirkt. Die warten ab. Sie stehen 30, 35 Meter vor dem eigenen Tor. In zwei Linien lassen die Franzosen sehr weit mit dem Ball laufen. Rostow Fernandes. Bravo. Die Dietik. Aufpassen, nicht zurückspielen. Und der Peter. Ganz früh. Vielleicht verhängen die es voll. Ein Schuss von... Die haben wir... ...den französischen Mittelfeldmann. Bernd Koster liegt noch am Boden. Die medizinische Abteilung des DFB. Das ist... Das ist ein richtiger Kender von der auf links im Bild. Professor Heff. Das ist... Das ist ein schuss. man sieht in solchen szenen wie begrenzt die technischen mittel einiger deutscher spieler auch jetzt zu beginn der zweiten hälfte wo die voller wird dazu muss er geht weit zurück das freistoß für die person da lasst sich ein mann ein auf dem hier hoffen er hat sich weniger meisterschaftsrunde und so er müsste er müsste dann wohl weichen der ohne glücke spielt hat allerdings eine klasse gegenspieler hat ich kann das war der probleme auch voller jetzt auf und davon holz geht mit drei mann sind dabei aber sehr dritten die pfeife zeigen es an ich würde da gerne noch einmal die zeitlupe sehen aber das spiel ist so schnell geworden die franzosen kommen schon wieder vielleicht hat jeder so einen tag gegen sich er kann doch sprich aber falls ein stürmer voll über eine stunde gespielt die beziehungsweise 0 zu 0 die falsche seite für ihn er ist verdrängt worden von velon den jungen mann am linken flügel man sieht das wenn ein linksfüßer dem ball an der rechten seite nachläuft dann ist er immer wieder versuch sofort den bogen zu schlagen nach innen geht nicht longline also parallel zur linie deutschlands bester flügel spieler hat hier den ball der sich in der ersten halbzeit 7 8 mal angeboten hat der bürger die direkten weg zum tor das weiter ich glaube nicht dass es schon eine gelbe karte gegeben hat das spiel ich eigentlich für den schiedsrichter ja doch schon natürlich grüßes faul hier von drewein am ball gengini und der rufe und über ihn wird man nach diesem spiel natürlich kein endgültiges urteil abgeben können er nur in der defensive gestanden zweimal tag auf geht nach vorne gegangen wurde nicht angespielt der bundespräsident hat ja gesagt so weit für den libero posten sei der kölner strakt auf der wand auch das ein böses faul hat verlobt doch hier manuell aber auch war der übertäter keine gelbe karte freistoß war das feier regelford rollt straff gut aufgelegt der dritte eckstoß wenn wir richtig mitgezählt haben riegel immerhin einige zu sehen dafür ist man schon dankbar eine große frage vielleicht die entscheidende wird bleibt ganz egal wie dieses spiel ausgeht was passiert mit dem deutschen mittelfeld da sind nur zwei namen im spiel die beiden spanier und es ist eine weitere frage auf die beiden die lücke füllen können ob das stilverständlich gefördert werden kann in der kurzen zeit die bleibt nach meisterschaft und pokal ab dem ehemaligen stuttgart hatte so die schubacher doch noch überraschend diese ball die der früh erkannt hat der eckstoß ist noch nicht ausgeschüttet in aller ruhe die zeitlupe verfolgt ein ball der aufsetzt der vielleicht aber auch so viel leicht vorbeigegangen wäre schubacher ging ja auch immer sicher es ist jetzt kopf und kragen wieder bei dieser parade ja die platzosen werden wechseln es kommt ein neuer mann und er wird mit dem stürmer spielen anziani für dominik rochto es kommt die anziani für die go die die älteste französische profi jetzt beim eckstoß der kopf hat die rückwärts ehemalige feind kameraden sie hat vielleicht die schöne gifte gesehen gerade die angedeutet hat schlack zwischen den beiden aufpassen auf halbweg hinaus er gibt zurück und dann der kopfschluss von beru fast noch einmal ein herz und sturm immer wieder querspiel 3 jetzt auf dem abseiten zurück hätte diese form den mitspieler in zweikämpfe vermitteln kann das rummögliche wir haben ja noch einmal die torszene sie sehen wie schubacher jetzt zurück geht er steht gelästet und kann dieses kopfstoß variieren der neue mann hier als jahr ein ball auf dem fußgelenk sie sehen es ja der gäste die ja luft und spannung ablässt er hatte die leichte sekundenbruchteiliger auf dieser ball geht es doch hier geht schubacher ein risiko mit abstand der beste deutsche spieler nicht nur an diesem abend der kölner in blendeter form 0 zu 0 zeigt die tafel über den toren temperatur ist etwas gesunken wieder geworfen 10 grad aufpassen bei der bremer schaut jetzt muss er es allein versuchen das ist allenfalls ansätze zwei so klasse leute wie rummenig und voller aber sie sind fast immer allein noch weiter für da geht keiner mit das mittelfeld fast nicht zusammen da sind auch dicke deutliche absprüche bei jedem einzelnen zu machen bei matthäus bei breme bei meyer und auch bei rolle sofort ist die külisse da beller und er versucht wenigstens mal ein pass der bremer auf seine vereinskameraden aber sie sehen es wenn man ihn so leicht abfangen kann den pfeil stellen rudy völler dann sind die pässe schlecht der neue linksverteidiger bei der hand im stil sie haben es sicher gesehen das ist doch ich schaue einmal herunter wer macht sich da von den deutschen spielern bereit da sehe ich die alibarski wie er trat was hier herr geht läuft unten an der seitenlinie aber vielleicht nur eine vorsichtsmaßnahme wenn sich einer verletzen sollte ich würde diese mannschaft durchspielen lassen in diesem vorletzten vor der europameisterschaft ja das geht das ballgeschichte wieder los wie wird man da noch durchkommen wenn man ungenau dann auch noch zu spielen die letzte viertelstunde läuft hier bei dauerstadion belohnt verlob ganz allein gegen kopf tot er sich hier züttelt den kopf links ab ich sehe nicht so allein an den spitzen freistoß für die fachlos der kurze spiel und verbrechung gehandelt wird hier ein gerücht in straßburg liebe zuschauer oder berth schuster der ball aus barcelona auf dem französischen markt zu haben hat die straßburg jürgen sünder man hat sich verleidt aber man weiß ja geni das kann man dass die die zeitlupe einzuspielen ich wollte sagen man weiß ja was von derartigen gerüchten zu halten ist und jetzt wird doch für mich unverständlich eingewechselt ausgewechselt bekommt heraus war ja rollt er geht und sie darf die heißen die neuen leute das kann ich verstehen wir haben jetzt eine dritte spitze ertrat hinüber und wohin ja fast in die linke verteidiger position hans peter briegel da steht er jetzt orientiert sich jetzt nach links außen was wird herrgert spielen eine rolle im mittelfeld den libero vor der abwehr was weiß ich ob der war wird sich was dabei gedacht hat sie darf die immerhin der erste ball kontakt das ist gelungen krieg und sechs der kleine kölner wird dieser ecke schlagen kann hat das vertraut in den strafraum regeln ist da sie kommt zu klacht ich hatte erwartet und es gibt sicher gute grunde dafür dass der bundestrainer diese mannschaft hätte durch spiel lassen sie wird sich hier durch weiß wird ist ein er gezeigt hat dass die abwehr steht zu wach als der weltklasse band auf die verlass kann ein paar sehr stark regeln der sich alter vork vielleicht etwas überzogen aber jetzt besser geworden die frage des büro postes bleibt offen bravo kommt plötzlich sind die da die von toten das war es kann das ist doch aber gekostet und das tor ja es ist die da ist koppel die jubel hier außer der 40 noch einmal das dodo er flach ist erläft jetzt seine gegenspiele auszeigen brauchen stellt den überblick und er sieht jetzt dass wenn sie die in der mitte gestartet ist ein abgefälschter ball zu dem und es ist darüber zu diskutieren werden die städte noch einmal auf diese führung verdient ist natürlich hier korrigiert riegel hat abgefälscht und dadurch gab der pfanzose 3 zum schuss man kann sich nicht sagen dass der wechsel die deutsche mannschaft hier benachteiligt hat auf den grundrück gebracht hat es ist einfach zu wenig gut zum risiko vielleicht hat sie auch ganz einfach wo sie kurz gesagt form zu wenig drauf das stilverständnis ist nach wie vor unterentwickelt ich habe es angezogen stilige schuster das bleibt die hoffnung für mich mit fragezeichen zu versehen diese beiden namen der berg schuster kann sich noch zu manchen die europameisterschaft eine sogenannte standart situation ein freistoß die versuchte die bauer zu errichtieren der ball ist noch nicht freigegeben außerdem steht die bauer keine 9 15 matthäus hätte der schiedsrichter wiederholen lassen könnte das war nicht korrekt der erste rückpass der pfanzosen in diesem spiel mit beifall bedacht aber ich bin sicher sie werden doch einige wahl gekommen wir haben jetzt mehr platz die deutsche mannschaft orientiert sich jetzt nach vorn zu spät und ist bei der haupt kritik an diesem spiel man hätte eher konsequent versuchen müssen das spiel zu verlagern aber viele offensivspieler ohne v ohne selbstvertrauen und auch ohne unterstützung der durchschütze noch einmal der aufbauer fernandes das sieht nicht souverän aus der glück gehabt das sei ein franzose faulter andreas brebe der einige male hier wird gedaubert wurde weiter hat nicht zurückgesteckt der französische trainer unter der seitenlinie wären der deutsche spieler noch behandelt wird die mutter leib getroffen franzosen wechseln noch einmal ein jünger mann von dem mann sagt er könnte als zweiter platini werden ist auf dem spielfeld und während förster hält sich immer noch die seite den ich vorhin verwechselt habe mit andreas brebe der jetzt hier den ball führt die letzten fünf, fünf, eineinhalb minuten das spiel war ja einige male unterbrochen matthew kopf da geht kopf 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 Ecke! Gelto, Otto! Rommelicke, drei Mann sichern den Raum, wenn er den Ball hat. Er hat es nicht leicht gehabt. Kein Abteilung. Szybowski. Matthäus. Der Stil der Fastosen, auch aus der Bedrängnis heraus, sehr präzif, wie die Ethik verletzt. Neben der Seitenlinie kommt jetzt rumpfelt hier unten wieder ins Bild. Die letzten zwei, drei Minuten laufen hier im Einaustadion. Diese Bilder zeigen, wie wertvoll für die Fastosen dieser Vorsprung ist, dieser Sieg, wenn es dabei bleibt. Hans Piani. Lidia Sieg. Oh und Ah, aber ein gutes Auge von Schubacher, weil dieser angeschnittenen Planke, die ein Torschuss wurde. Deutsche Mannschaft versucht zu kontert, muss ihn da schildern, weil die Zeitlupe noch läuft, rüber an der linken Seite. Und Karl-Heinz Tochter, der Bruder ist recht frei. Sie sehen es, kein Kommentar, der Stilstand. Zuschauer bleiben hier auf den Rängen, keiner geht. Es war sicher ein Länderspiel, das in der Serie der Nachspanien-Spiele für den Spannenden zählt. Phasenweise sicherlich auch zu den guten, zu den wenigen guten. Die Fastosen haben dem Europameister einiges abgefordert. Die waren stärker, spieltechnisch überlegen, in Bittelfeld besser besetzt, druckvoller, ideenreicher. Der Vorsprung ist sicherlich verdient, aber Jupp Derwal müsste jetzt wissen, wo er steht mit seiner Truppe. Er hat eine Abwehr, die er sogar noch modifizieren, die er stärken kann. Er hat ein Mittelfeld, in dem, ich sage es krass, aber ich liege mit dem Urteil sicherlich sehr dicht bei der Wahrheit, in dem nichts zusammengeht. Dadurch hängen beide Spitzen, die viel mehr können, Völler und Rummenigge in der Luft. Das Spielverständnis muss gestärkt werden. Es ist keine eingespielte Mannschaft. Es gab viele Verletzungen, sicherlich gibt es immer. Aber Derwal hat auch manchmal zu viel experimentiert, dass es viel an die Mannschaft gekommen ist. Wenn es zwei, drei gute Bundesliga-Spiele machte, dann hat sie die Presse reingeschrieben. Und es bleibt die Frage, ob diese Versäumnisse, die es sicherlich gegeben hat, ob die jetzt in der Schlussphase der Meisterschaft in den letzten Vorbereitungswochen auszubügeln. Bravo. Sehr, sehr starker Mann. Und jetzt herrlich. Ja. Und dann legt er sich den Ball noch einmal vor den Fuß, der Querpass, Romerdinge. Vielleicht die letzte Chance, vielleicht doch noch eine Tormöglichkeit. Die falsche Seite drüben, linksaußen. Der ist rechtsaußen von Haus aus. Da gehört er auch nicht. Radisson. Und... Das wäre sein Arzt gewesen. Ein Tor hat er vorbereitet, wenn ich dieser Treffer hier gelungen wäre. Hier kommt die Passitionsflanke. Und dann rutscht der Ball doch etwas am Kopf vorbei, er hat ihn nicht voll gekocht. Und das Zeichen... Und das Zeichen... Das Schussfest, das Unterteichen, das gibt. Das Schussfest, das ist der Bringt, das República, das ist der Ringsschfan. Das Schussfest...